Im Frühjahr, Mitte März 1981 bat mich die heiligste Jungfrau, mich bei den zuständigen Personen für den Drittorden vom Karmel einzusetzen, damit er erneuert werde. Auf der ganzen Welt soll sich der karmeliten Drittorden so schnell wie möglich erneuern und auch an vielen Orten, denn die Menschheit braucht betende Laien. Da die Liebesflamme meines Herzens hier in Ungarn zündete, will ich auch mehrere meiner Wünsche von hier aus in die Welt senden. Die Menschheit hat es dringend nötig, meine Bitte mit größter Hingabe zu erfüllen. Als die heiligste Jungfrau vom Karmel sprach, sprach der Herr Jesus dazwischen, weil die Liebesflamme meiner Mutter, die Arche Noah, ist. Dies hat der Herr Jesus bei mehreren Gesprächen wiederholt. Weil die Liebesflamme meiner Mutter, die Arche Noah, ist. Die heiligste Jungfrau bietet uns flehendlich, dass wir das Gnadenwirken ihrer Liebesflamme so bald wie möglich der Menschheit zukommen lassen sollen. Wir dürfen es nicht verhindern, denn auch auf uns kommt es an. Eine große Verantwortung tragen jene Personen, die dieses Gnadenwirken unverantwortlicherweise verhindern. Gelobtze Jäzus Christus in Ewigkeit. Amen.